Hallo und Herzlich Willkommen zu Uwef es leid denn und die verlorene Zukunft. Ich hoffe heute einen schönen Tag und jetzt suchen wir mal den Notausgang. Ich hab mir gedacht eigentlich dort. Aha, hier ist ein Geheimgang nach unten. Gut, dass mich meine Interzision nicht im Stich gelassen hat. Die sollte uns die Flucht erleichtern. Uff, dieser Tunnel ist einfach zu eng für meine durchtonierten, breiten Schultern. Und er scheint als sich auch in mehr Richtung zu gabeln. Wohin sollen wir gehen, Leiden? Seht mal, hier ist ein Tunnelplan. Wollen wir mal sehen. Oje, dieser Netzplatz ist ja sehr verworren. Flucht im Dunkeln. In diesen finstern Irrkarten kannst du nur den abbiegen, wenn du auf einer Wand triffst. Mit dieser egelen Gepäck ist es nun deine Aufgabe von rot bis am blauen Punkt zu gelangen, ohne eine Weggabel zu passieren. Oder eine Sackgasse zu laufen. Für welchen Pfad entscheidest du dich? Ich zeichne eine Fruchtweg. Ich zeichne eine Fruchtweg. Ich zeichne eine Fruchtweg. Ja, das schaffe ich hier nicht. Sooo. So, so, so. Ups. Wenn wir alle zusammen gehen, werden wir womöglich entdeckt. Um sicher zu gehen, werden wir zwei Gruppen auftanken. Das ist eine komplizierte Sache, aber eine bessere Möglichkeit sehe ich nicht. Wer kommt an mir? Du spielst auch immer den edlen Retter-Laden, aber dieses Mal passe ich auf die junge Dame auf. Bedauer, aber ich ziehe es vor, wenn sie sich mir anschließen von Pablo. Genau, dann bin Flor und ich die andere Gruppe. Bei Luke schließt du dich den Professor an und passt auf den Poll ab. Lass uns tauschen, ich will mit dem Professor zusammen. Oh Flor, wir sehen uns doch bald. So gehst du mit dem großen Lux am Hotel und wartest auf uns. Damit werden die Aufteilen gekehrt, los, lass uns rausgehen. Ich bin gerade auf etwas Festes gestoßen. Vogel schärfe seine Wand. Da sind wir füllen. Hm, das scheint mir viel mehr eine Tür zu sein. So, da haben sie recht. Hier ist die Glünke. Hier geht er weg. Faberlauft. Und wo sind wir jetzt schon wieder? Es ist Sonderende einer Fluchttreppel. Hier sollte es irgendwo den Weg aus dem Gebäude hinaus geben. Durch diese Glünke gehen wir sicher nach draußen. Wir sind hier draußen, hat ja lange genug gedauert. Die Gegend ist sicher voll von Demeter Schergen. Wir müssen uns schnell wie möglich von Bokoruton entfernen. Ich weiß immer noch nicht, was Don Paolo hier verloren hat. Was geht hier nur vor sich? Im pertinenter Wicht. Tu mir einen Gefallen und halt mal für eine Sekunde den Rand. Diesen Gefallen tue ich Ihnen ganz sicher nicht. Okay. Aufhören alle beide. Ich muss doch sehr bitten, wir sind alle auf derselben Seite. Und wenn schon gejammert wird, wieso musste ich eigentlich den einfältigen Köder spielen? Bitte, Paul. So schlimm war es sicher nicht. Ihr Part war gewiss interessanter als der meine. Professor, würden Sie mir bitte verraten, was sich dort oben wirklich ereignet hat? Mir war bewusst, dass wir unter Beobachtung standen, sobald wir einen Fuß in die Pagode setzten. Daher wollte ich dafür sorgen, dass wir für alle Fälle ein Ass im Ärmel haben. Don Paolo, Meister der Maskerade, war zweifellos der ideale Kandidat für diese Aufgabe. Sie beide sind also Freunde? Das wäre ja das erste Mal, dass ich sowas höre. Keine voreiligen Schlüsse, Gör. Nicht mal im Traum wäre ich mit diesem Kerl befreundet. Wir beide wollen Antworten auf dieselben Fragen. Also haben wir uns zusammengetan. Basta. Wie lange läuft dieses Spiel denn bereits? Sag mir Luke, ist dir nichts seltsames aufgefallen, als wir den guten Dr. Schrader besuchten? Äh, nein. Eigentlich nicht. Es war die Art, auf die er uns begrüßte, die mich stutzig machte. Wie bitte? Wer ist da? Oh, das bist ja du, Herr Scho. Und der kleine Luke ist auch dabei. Ja, ich erinnere mich. Aber was war denn daran so seltsam? Er schien kaum überrascht, dich zu sehen. Den kleinen Luke, stimmt's? Natürlich! In der jetzigen Zeit bin ich gar kein Kind mehr. Aber das hat Dr. Schrader gar nicht bemerkt. Präzise. Also war Dr. Schrader in Wirklichkeit? Don Paolo. In einer raffinierten Verkleidung, ganz genau. Und Sie haben seine Maske durchschaut, noch ehe er ausreden konnte. Einfach unglaublich. Nun, nicht ganz. Die Szene erweckte lediglich gewisse Zweifel in mir. Die Bestätigung folgte später. Hat sich Don Paolo etwa noch als jemand anderes ausgegeben? Das hat er tatsächlich. Scheinbar wollte er uns als Dekan Delmona etwas auf den Zahn fühlen. Da aber war mir auf den ersten Blick sonnenklar, dass wir es mit einem Schwindler zu tun hatten. Wahnsinn! Wieso denn? Es waren seine weißen Haare, die ihn entlarvten. Aber jeder Mann in seinem Alter hat doch weiße Haare. Nicht, wenn er ein Toupet trägt. Es ist ein kleines Geheimnis, aber der Dekan ist seit Jahren kahl. Don Paolo wollte mit seiner weißen Perücke wohl das Alter des Dekans unterstreichen. Oh, eine meisterliche Schlussfolgerung, Professor. Bald darauf stellte ich Don Paolo zur Rede und entlockte ihm seine Geschichte. Dimitri muss ihn wohl fürstlich dafür entlohnt haben, dass er uns bis zum Pagodenturm führte. Ich erzählte Don Paolo von den bizarren Ereignissen, die wir erlebten. Anschließend bat ich ihn um seine Mithilfe bei der Lösung dieses Mysteriums. Nun, das klingt einleuchtend. Aber ich kann immer noch nicht nachvollziehen, wieso gerade er uns helfen würde. Immerhin hat er bereits versucht, uns aus dem Weg zu schaffen. Mit einem Riesenrad. Wem ich helfe und wem nicht, das geht dich überhaupt nichts an, Däumling. Hey, wenn Sie mich weiter so beschimpfen, dann wird es Ihnen leid tun. Es war Claire, Luke. Alles geht zurück auf Claire. Claire? Die Frau, von der Dimitri gesprochen hat? Claire war meine Freundin. Damals, als ich gerade meine Akademikerlaufbahn begann. Sie war Forscherin und arbeitete am selben Institut wie Dimitri. Oh nein, dann ist sie also... Ja, ich sah sie zum letzten Mal am Tag der Explosion. Sie machte sich gerade auf den Weg zum Labor. Es befremdet mich immer noch, wie wenig die Medien damals über den Unfall berichteten. Ohne Zweifel hatte jemand mit großem politischen Einfluss für eine Informationssperre gesorgt. Ich stellte nach Kräften eigene Nachforschungen an, aber meine Bemühungen waren vergebens. Ich wusste ja gar nicht. Sehr wahrscheinlich fühlt sich Dimitri für Claires Tod verantwortlich. Seine manische Besessenheit, zurück durch die Zeit zu reisen, scheint mir eine Art Buße zu sein. So eine tragische Geschichte. Aber was hat Don Paolo mit der Sache zu tun? Wie sich zeigte, Luke, hegten nicht nur Dimitri und ich Gefühle für Claire. Sie meinen doch nicht etwa... Ist was? Mach nicht so ein Gesicht! Ich, ich bin doch auch nur ein Mensch! Danke, dass du Zeit für mich hattest, Herr Schill. Aber nicht doch. Ich freue mich wirklich. Hier, ich hab da was für dich. Was ist das? Das sieht man doch. Ein Brief. Sag mir doch einfach, was darin steht. Ich bin doch hier bei dir. Oh je, du machst es mir nicht leicht. Ich will dir eigentlich nur sagen... Warte mal, ich zeig's dir. Warte mal. Ich schaffiere dich jetzt. Ja, ich schaffiere dich noch zu komm Schicksalhaften Tag erklärte ich Leighton zu meinem Erzfein. Jetzt verstehe ich. Allerdings, aber ich muss betonen, dass ich ursprünglich nicht um Pauls Groll gegen mich wusste. Der stand am Ende seines Studiums, als wir gemeinsam auf die Universität gingen. Ich hätte nie gedacht, dass sich hinter Don Paolo mein alter Kommilitone Paul verbirgt. Ich wusste ja nicht, was Sie durchmachen mussten. Verzeihen Sie meine Worte von vorhin. Äh, Porn. Pah, erspar mir das Geheule. Und ich heiße Don Paolo. Also nenn mich auch gefälligst so, Kleiner. Jedenfalls haben Sie gerade eine prächtige Vorstellung abgegeben. Ähm, Don Paolo. Dimitri war so abgelenkt, dass mir genug Zeit blieb, mich hinter den Kulissen etwas umzuschauen. Das also taten Sie, als wir den Pagodenturm hinaufkletterten. Und, waren Sie erfolgreich? Und, oh. Aber ich muss mich noch einiger Dinge vergewissern, ehe ich die ganze Wahrheit kenne. Dann sollten wir uns sofort darum kümmern. Wohin als nächstes, Professor? Hahaha, das wirst du bald erfahren, Luke. Doch lass uns fürs erste zum Hotel zurückkehren. Flora und unser zweiter Luke warten dort auf uns. Im höchsten Sprechen, ja. Kapitel 10, Jenseits, Tetz, Hämse. Na? Boah, ich hab viel verpasst. Stabit. Ich wirst... ...dass mich verlesen. ...undspannend, oder? Also... Ähm... ...dass ich mal noch... ...ähm... 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 so 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 zurück und dann so ich weiß jetzt noch eine andere möglichkeit geben ich weiß gar nicht wie viel riesig ist jetzt der bruch wir lassen können aber ich verabschiede mich ich habe kurzes vor bestimmt nur irgendein übern plan in die datum setzen welche kinder fahrwurft ach ich könnte das sofort los haben nahmen erst ich habe daran kein projekt das ich gern vollenden würde na gut paul dann sehen wir uns später wieder wir finden uns in der chance erleden glaubst du ich bin von gestern wenn ich finden will er finde ich euch er geht dahin können wir ihn wirklich so völlig unbeachtet laufen lassen steht dein bedenkenblick aber ich glaube dieses mal können wir ihm vertrauen ist immer ein professor aber ich muss viel viel klär empfunden haben wenn er durch wer weiß auch immer kann man es einfach weitergehen es reicht schon langsam mit dem voll lösen ich habe ein ganz frische fertig gefunden aber ein detail wird noch es läuft oder ein rissl also das wäre b als einer der bewassstücke in einem krimi fall wurde ein fingerabdrück an die wand gedeckt vier verdächtige die am tatwort festgenommen kann für den taten fahrer vergleiche die fingerabdrücker an der wand schieben den täter fahrer vergleiche die man da und damit das spiel verkehrt ist das ich würde gerne ein bisschen vorspulen ja da sehe ich noch immer kein rissl ich würde gerne bienenrissl machen also nochmal die mit ihm möchte eine zeitmaschine bauen und in die vergangenen so als und dort will er versuchen klar aufhaltend mit hause bewahrnechtig korrekt zumindest hat er uns das gesagt ich habe so wir sind durch den pakoden gelaufen aber keine zeitmaschinen weit am rot sehr knapp erhofft hat mein junger auf seiner flucht schien dimitri ein kleines zielfrau zu haben den ort an dem die zeitmaschine gerade in ihrem entsteht begriff ist besucht während jr und paul den turm gestiegen also ist das ich erkläre es dir alles sobald wir wieder bei den anderen sind je dass du bist da in der lösse schon auf ich mag nur das mit die rissl schauen ich sehe den rissl so federhandel das durchgoogeln das ist irgendwas mit rechnen neulich habe ich einen füllfederhalter mit einem rabatt von 10 prozent auf die verkaufschaft das war es von 30 Pfund erstanden später kaufte meine freundin irgendwie ab und sie gab mir dafür sogar 10% mehr als ich selbst letztens im laden für das gute stück bezahlt habe wieviel gewinne oder verlust habe ich ich habe mir nicht insgesamt gemacht gibt eine antwort in was im wasser ist angehen ich habe ich verschrieben ich habe da einfach 210 ich mag jetzt nicht soviel damit umreden ich mag jetzt nicht soviel damit umreden Professor Luke kommst zurück ich bin so froh dass ihr beide gesund im mundus hat ganz meiner seite ich sehe ich hoffe eine Rückkehr ins Hotel war nicht allzu beschwerlich Hauptnicht Luke war so freundlich und dort ist vorgegangen wo wir gerade von ihm sprechen wollen na nun unser Angriff hat einen schwarzgekleideten Mann mit Schnauze hier aufführen er war gar nicht so schwarz angesogen ja vom Kopf bis Fuß das muss simpel gewesen sein ich konnte seinen Namen nicht verstehen aber es war wo er mich aufregt und er darauf schlug an er sucht er hörte gefühl ihm wohl gar nicht denn er sagte anschließend zu mir ja es ist etwas geschehen um das ich mich sofort kümmern muss es ist wichtig besser dass er seinen ausforschen ohne mich vorsetzen muss er sagte er denn auch vorher hingehen wollte nein aber er hat versprochen sich später wieder mit uns zu treffen ist wirklich noch schassiger als ich dachte sogar über unsere nächsten Schritte also lässt uns bescheiden weißt du es ist irgendwas also alles müssen nur gerade eine Gleichheit wieder eingefallen weißt du noch was uns als erstes darauf aufgeklärt hat dass wir uns in der Zukunft befinden das war der große Logo ja so ist das es ist ein Besuchprofessor Besuch von Makassan bei seien sie die Ungarn-Gomerik aufzutreten nur der Innspektor und hätten sie die der Frau was was kann ich mir zu tun es ist ausgefallen als ich durch die Stadt schaffte wie soll ich es nur sagen ich fürchte ich folgierse klingen dann ist es nur geschehen ich habe beobachtet sowieso so ging es in meiner Sache sicher erinnert sich noch an unser Gespräch über jene Ex-Person dem wie heißt es nochmal auch natürlich an den Institut von Forschung vor ein paar Minuten sah ich eine Person die einen darauf hat zum verächtigsten ähnliches ich werde verrückt sie meinen doch nicht etwa klar oder aber haben sie auch in der Tat her Aspektor sie sind nicht der einzige auch wir haben diese Dame gesehen es ist ähnliches wirklich verblüffend aber es kann sich nur um ein Zufall handeln aber wenn sie das sagen dann sind mit obwohl die Pferde durchgegangen ich kann auch hoffen dass es eine logische Erklärung für die Sache gibt das eigentlich kein Zufall sein sollte so handeln es sich womöglich um eine Verwandte von Cleo hmm ich werde einen weiteren Blick in die Akten werfen nach Verwandten suchen vor wir von suchen sprechen was irgendwo Barton rumgelaufen gesehen Barton nein hat gewiss nicht der Aspektor dieser Tag drei Monate mich hätte ihm schon vor Ewigkeiten lassen soviel sage ich Ihnen eigentlich ist er ein betanter Charakter und passt keiner auf ihn auf aber ja es passt schon langsam zu früh ja aber wo soll ich jetzt noch Informationen tun das ist ja ohne also so so fahren ich glaube die liegt weit hinter Chariton und über die Thamesa hätte ich dachte du würdest den ausschlafen ja das ist ein Tunnel der auf ein anderen übergelangen konnte ja ich weiß hier wo der ist das ist das ist das ist das ist um ja Ja, jetzt haben wir irgendwo dumme Fragen. Hallo Professor, also ein kleiner Spaziergang unternommen, ich mit dir vielleicht anschließen, sicher entschuldigen Sie, dass ich als gewiss bin, ich muss dir nur etwas nachdenken, mit all die ja wirklich schon mit Ihnen, mittlerweile sind wir unser Denglish, stimmt's? Natürlich sind wir das, hier sind wir die besten Freunde, und mit Freunden verbringt man seine Zeit nur am liebsten, Papa hat mir immer gesagt, dass Irland und die Arbeit wegen Falt verlassen wird, ja, ich erinnere mich, ja, hat es mir gegeben wird ebenfalls noch weh, und sag mal ehrlich, würdest du sagen, dass wir bei der besten Freundin sind, aber selbstverständlich sind wir das, was ist das für eine Frage, dann brauchen wir uns ja keine Sorgen zu machen, echte Freunde, es ist unser Denglish, miteinander verbunden, weißt du, und egal wie weit sie voneinander entfernt sind, im Bund bleibt aufhebung bestehend, weil Freundschaft macht Zeit und Raum bedeutungslos, verstehst du, was ich damit sagen will, ich glaube schon, Professor, ausgezeichnet, hallo, schnell weiter, wir haben noch viele Gernisse zu lüften. Vor allem, ich gehe dich so frisch sehen, mein junger Ristorik, wo wir als nächstes hingehen, ich habe mir gefragt, ob jemand ist, sich einen Ort gefroren, den es heilt, man findet, ich glaube, der Frage ist nur, wo dieser Ort ist, ernst steht fest, wir können über Gurgelung ausschließen, wie gesagt, besiehen wir uns auf die Hinweise, die wir mit der Streitende stattgefunden haben, ich sehe, warum sie untersuchen, irgendwas Verdächtiges in Sorge fallen, mein junger, na, ich weiß, was hat der Mann, was hat es mit den, all den, all den Männern, mit weißen Kitten auf sich, äh, ich kann es nicht, ich kann es nicht mehr vorlesen, es dauert einfach zu lang, ich habe keine Stimme mehr heute, ich hoffe, sie haben keine Resseln mehr, ich habe mal gedacht, Ach, Riesl, ganz egal, ist das das erste Mal seit Ehrigkeiten, dass mich jemand mit übernächten anderen spricht, sag mal, was habe ich dem euch verraten, so seit dem, den Anfahrten, na, ja, ich weiß eh, wie man dorthin kommt, aber zuerst, kam natürlich ein Riesl, ja, ich tue immer falsch, das muss so, 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 und jetzt, und jetzt, so, ist der nicht falsch gemacht, so, 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 Ich hab sowieso falsch gemacht Mwah Oh Oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 aah aah ich mir ist nichts vor ich tue es einfach so lösen mit dem internet ich wusste es ich hab es jetzt zwar nicht gefunden es tut mir leid dass ich die jetzt so löse aber das rätsel ist schon so gut wie gelöst aber ich mag nur dass die die rätsel da weg sind das ist das komische schieben da so 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 ich weiß nicht mehr wo man es gefunden hat überhaupt soo 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 na drehs vielleicht soo 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 na drehs vielleicht soo warte doch soo warte doch warte doch das ist meine antwort ich habe mich irgendwo verdrückt das ist immer noch süß ich hätte es normal gefunden und hätte es auch normal gelöst ich mag nur das, dass ich die restel da schon vergessen habe 129 139 139 also es ist am einschlichten ich habe überhaupt keine Lust drauf wie gesagt hätte ich die normal gefunden hätte ich sie eh normal gemacht so ja au so sollte es stimmen ganz wie ich vermutete wie gesagt hätte ich die gefunden hätte ich es gemacht ganz normal oder so schon so ja es ist auch nicht einfach ich gehe bitte so jetzt muss es da sein sonst hast du sich recht und es ist ein Rätsel ein Zahlenschloss 0 Runde durchs drücken der bunten knöpfe können auf vier angeseigte und unten abgebildete vor euch die siffern 0 bis 9 durchgeschalten werden genau da 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 dass die Zahlen noch festgeleiteten Regeln Deine Aufgabe ist es nun, diese Regeln zu durchschauen und zu sorgen, dass alle Quartate eine Null haben Wie wäre es hiermit? Puh, da bin ich aber erleichtert Das war jetzt ohne googeln, ja? So Einrollen Puh, wie falsche schmusige es hier unten ist Mir scheint, würde der Tunnel tatsächlich für eine ganze Zeit für den Fall überlassen So können wir hier jedenfalls mit Sicherheit nicht durch Ja, wirst Ja 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 jetzt ist es speichern kapitel 11 das zeitlabor vorletztes kapitel glaube ich es gibt glaube ich 12 so dann bevor dann machen wir das hier im nächsten part ich hoffe es hat euch gefallen dann wir sagen bis nächstes mal bis bald und ciao